Hallo Freunde der Virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Playstation Katze ist aus dem Sack. Alles weitere nach dem Intro. Ja, der Preis der PS VR 2 wurde heute bekannt gegeben und er liegt bei 599 Euro. Und es ist wahrscheinlich mehr als die meisten da draußen erwartet haben. Ich habe auch so zwischen 450 und 500 Euro so gerechnet, irgendwie was unter dem Playstation 5 Preis. Ja, leider sind es jetzt 599 Euro. Ist natürlich nicht wenig Geld, aber ja, wir VR-Fans, wir brauchen ja unbedingt neue VR-Brillen und neuen VR-Content. Da bezahlen wir natürlich wahrscheinlich fast jeden Preis. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt einen Bundle. Es gibt jetzt erstmal die Playstation VR als alleiniges Bundle für 599 Euro. Und ja, erhält PS VR 2, PS VR Sense Controller und Stereo Kopfhörer. Und dann gibt es dieses Horizon Bundle, was ich mir wahrscheinlich dann auch holen werde für 649 Euro direkt mit Horizon Call of the Mountain. Das wird mit Sicherheit ein richtig geniales VR-Game werden. Also ich kenne bis jetzt nur die Flat-Version von Horizon und ja, das ist ein richtig geiles Game. Ich kann es mir noch nicht in VR vorstellen, aber da freue ich mich drauf. Und ja, das kostet 6,49 Euro. Dann gibt es hier eine Ladeschale für die Controller, für die Playstation Sense Controller und die geht mit 49,99 Euro raus. Und ja, einfach draufklicken und aufladen. Ob man es jetzt haben muss oder nicht, muss man sich selbst entscheiden, muss man für sich selbst entscheiden. Aber ja, das Ganze wird am 15. November vorbestellbar sein. Und ihr müsst euch aber dafür registrieren, dass ihr es vorbestellen könnt. Das zeige ich euch auch gleich mal, wo das geht. Und am 22. Februar 2023 soll die PSVR 2 dann erscheinen. Und ja, ihr müsst euch auf dieser Seite direct.playstation.com registrieren. Und ja, drückt einmal hier drauf auf Registrieren. Das habe ich eben schon mal gemacht. Dann kommt hier diese Seite. Dann könnt ihr euch entweder registrieren als Playstation-Account, also wenn ihr noch keinen haben solltet. Wenn ihr aber schon erhabt, gibt es auch einen Punkt anmelden. Das habe ich hier bereits getan. Und dann steht hier, genau hier, ein blauer Button. Jetzt registrieren, damit ihr euch registrieren könnt, dass ihr eine Playstation VR am 15. vorbestellen könnt. Und ja, ich denke mal, dann bekommt man per E-Mail Bescheid. Kann vorbestellen und gut, wenn alles gut läuft. Muss man natürlich abwarten, wie das Ganze abläuft. Und hier gibt es dann nochmal einen Punkt. Falls ihr noch keine Playstation 5 Konsole habt. Ich weiß, viele da draußen haben echt noch keine. Meine haben noch Pech gehabt, wollten immer eine haben. Ja, dann könnt ihr euch auch jetzt hier registrieren, um eine Playstation 5 auch zu kaufen, vorzubestellen. Und ja, falls ihr da noch echt nirgendwo eine bekommen habt. Es gibt ein ganz gutes Forum. Da habe ich auch mich angemeldet. Vorraum heißt das. Und ja, da könnt ihr euch registrieren. Und könnt ihr euch auch eine App installieren auf euer Handy. Und werdet immer informiert, falls irgendwo da draußen bei den ganzen Herstellern oder Versandhäusern was frei ist. Ja, dann könnt ihr da bestellen. Und man muss ein bisschen Geduld haben. Aber dadurch habe ich innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, meine Playstation 5 bestellen können. Ja, Leute. Was sagt ihr dazu? Ist der Preis angemessen? Ist der zu hoch? Würde ich natürlich gerne eure Meinung auch dazu haben. Und die könnt ihr gerne unter den Kommentaren mal kundtun. Und ja, wir haben diese Info heute schon ganz früh in unserer, ja, VR World Germany Facebook Gruppe gehabt. Einmal die Claudia, unsere Admina hat es bekannt gegeben. Und dann war auch noch der Rainer Lampe am Start und hat es auch nochmal gepostet. Also wir waren da relativ schnell. Und ja, falls ihr euch auch immer wieder schnell informieren wollt und wolltet nicht unbedingt auf Videos von mir warten, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns joinen würdet, der Gruppe beitretet. Und ja, wir sind jetzt 227 Leute, werden immer mehr. Eine richtig nette Truppe, sage ich einfach mal. Und ja, wir tauschen uns da ganz gut aus über diverse VR-Themen. Ja, es ist auch gewollt, dass Leute da posten, wenn sie interessante News finden. Denn es ist auch erlaubt, wenn einer einen YouTube-Kanal macht, da ab und zu mal seine Videos zu posten, ist auch überhaupt kein Problem. Falls es jetzt nicht ausartet und alle Stunde oder so irgendwas gepostet wird. Ja, Leute, wie gesagt, eure Meinung würde ich gerne zu dem Thema wissen. Gerne in die Kommentare oder können wir natürlich auch in der Facebook-Gruppe darüber sprechen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Like aufs Video, würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, ich sage mal, bis demnächst. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020